Musik An einem sonnigen Vormittag im Mai wanderte ich entlang der Wupper durch ein gelb leuchtendes Rapsfeld. Der honigsüße Duft dieser Blütenpracht war überwältigend und er erinnerte mich an einen Familienurlaub in Dänemark. Der Weg zu unserem Ferienhaus führte damals durch ein ebenso duftendes Rapsblütenmeer. Meine Frau und ich verbrachten mit unseren drei kleinen Kindern zwei wunderbare Wochen an der Ostsee. Wenige Monate zuvor war ich Teilhaber einer großen Hausarztpraxis geworden. Es lag also eine sehr stressige Zeit hinter mir. Mit anderen Worten, ich war urlaubsreif. All diese Erinnerungen standen mir an diesem Vormittag urplötzlich und glasklar vor Augen. Darüber hinaus ließ dieser typische und intensive Blütenduft für einen kurzen Moment auch die Gefühle aus dieser Zeit wieder lebendig werden. Das war sehr beeindruckend. Und ist es auch heute noch, denn ähnliche Situationen erlebe ich durchaus häufiger. Ohne Vorwarnung versetzen mich manche Gerüche in eine bestimmte Lebenssituation zurück, so als wäre die Grenze zur Vergangenheit weggewischt und die Zeit nur eine Illusion. Auch kenne ich sogenannte Déjà-vu-Erfahrungen, wenn ich den Eindruck habe, an einem fremden Ort bereits gewesen zu sein, eine Begebenheit schon einmal erlebt zu haben oder eigentlich fremde Menschen durch eine frühere Begegnung zu kennen. Für beides gibt es nachvollziehbare medizinische Erklärungen. Die Gerüche zum Beispiel gehen direkt und ungefiltert in das limbische System, dem anatomischen Hirnbereich für die Erinnerungen und die Bewertung von Emotionen und erst danach in die für die bewusste Wahrnehmung zuständige Großhirnrinde. Die physiologische Reaktion auf Gerüche ist daher blitzschnell, sehr emotional und oft mit bestimmten Situationen verknüpft. Im Gegensatz dazu ist das Déjà-vu ein primär psychisches Phänomen. 95% aller Menschen berichten, es mindestens einmal schon gehabt zu haben. Manche halten es für eine Erinnerungstäuschung. Andere deuten es als eine normale Begleiterscheinung bei Stress, Übermüdung oder auch Überlastung. Unabhängig von diesen Erklärungen haben für mich derartige Erlebnisse fast schon etwas Mystisches. Sie sind wie winzige Risse in einer glattpolierten Fassade, wie feinster Sand im Getriebe. Im Alltag, oft unbemerkt, können sie bei genauer Betrachtung durchaus verstörend wirken. Unweigerlich führen sie jedoch zu einer sehr grundlegenden Frage, die da lautet, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Mit dieser Frage verbinden sich bekannte Forschernamen wie Einstein, Heisenberg, Bohr oder auch Steve Hawking. Ebenso Begriffe wie Realität, Relativität, Quanten, Strings oder Quarks und auch die Theorien über Paralleluniversen, über die noch unbekannte dunkle Materie und die sogenannten schwarzen Löcher, in denen alle unsere Naturgesetze aufgehoben sind. Die Tatsache schließlich, dass die feste Materie auf ihrer tiefsten bisher bekannten Ebene nichts weiter als reine Energie und Schwingung ist, bereitet mir in diesem Zusammenhang fast schon ein wohliges Erschaudern. Da behaupten kluge Köpfe aus der Fakultät der Elementarteilchen- und Quantenphysik, dass im Grunde unserer Wirklichkeit nichts Festes und damit nichts Fassbares existiert. Stattdessen eher so etwas wie eine Quelle, etwas Lebendiges. Es ist so, als ob man sagt, dass es am Anfang nur eine Software und keine Hardware gibt und damit keine Objekte, sondern nur Beziehungsstrukturen. Die bisherige Vorstellung der Welt als etwas Gegenständliches, Festes und Unveränderliches muss folglich als eine Art Wirklichkeit gedeutet werden, als ein immaterielles, ein lebendiges, ein wirkendes Potenzial, das sich im ständigen Wandel befindet. Auch wenn ich bei weitem nicht jedes Detail dieser Theorien in seiner Komplexität nachvollziehen kann, mindert das nicht meine Begeisterung für diese Ideen. Um es mit Einstein zu sagen, Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Oder, wie es der Physiker Hans-Peter Dürr ausdrückt, Es gibt streng genommen keine Elektronen, es gibt keinen Atomkern. Sie sind eigentlich nur Schwingungsfiguren. Was wir am Ende allen Teilens vorfinden, gleicht einem feurigen Brodeln, einem ständigen Entstehen und Vergehen, etwas, das mehr dem Geistigen ähnelt. Die Quantenphysik hat die Vorstellung der klassischen Physik von einer materiellen und eindeutig erkennbaren Welt auf den Kopf gestellt. In ihr gibt es für ein Objekt weder einen klar definierten Ort in Raum und Zeit, noch eine feststehende Eigenschaft. Vielmehr werden Wahrscheinlichkeiten beschrieben. Was man wie wahrnimmt, hängt von der Versuchsanordnung ab und damit vom Beobachter. Mit anderen Worten, meine bewusste Wahrnehmung entscheidet darüber, wie ich meine subjektive Wirklichkeit erlebe. Mein Denken bestimmt, oder besser gesagt, erschafft meine Gegenwart. Ich betone es an dieser Stelle noch einmal, das behaupten keine durchgeistigten Esoteriker, sondern knallhart analysierende und in der Naturwissenschaft verankerte Physiker. Diese neuen Ideen klingen ziemlich verrückt, weil sie jenseits aller menschlichen Alltagserfahrung liegen. Gibt es um uns herum möglicherweise einen unsichtbaren, höherdimensionalen Raum, an dem nichts feststeht, an dem es keine Materie gibt und an dem weder Zeit noch Distanz eine Rolle spielen? Gibt es eine verborgene Wirklichkeit, die unsere physische Welt beeinflusst, gestaltet, modelliert, formt und erschafft? Und ist jeder einzelne Mensch durch sein Bewusstsein maßgeblich an diesem Schöpfungsprozess beteiligt? Wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, hat sie nicht verstanden, sagt Nils Bohr, einer ihrer Entdecker. Und Heisenberg meint, die Fundamente der Physik sind in Bewegung geraten und diese Bewegung hat zu dem Gefühl geführt, dass die Wissenschaft den Halt verlieren könnte. Die Quantenphysik ermöglicht einen Brückenschlag zwischen der Naturwissenschaft und der Religion. Auf einer ganz tiefen Ebene, sozusagen an der Basis, verliert die Naturwissenschaft ihre Fähigkeit zur exakten Prognose und Beweisbarkeit. Damit kommt sie der Situation der Religion näher. Auch hier spricht man von Gott oder dem Göttlichen als dem Unbegreiflichen, dem Unfassbaren. Max Planck hat am Ende seines Forscherlebens gesagt, dass alle Materie nur durch eine Kraft entsteht und besteht. So müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Vermutlich werden wir Menschen mit all unserer Wissenschaft auch durch noch so intensive Forschung das letzte Rätsel der Natur nicht lösen können, weil wir selbst ein Teil dieser Natur sind und damit auch ein Teil des Rätsels, das wir lösen wollen. Am Ende bleiben der Glaube und das spirituelle Erleben im eigenen Leben. Hierzu möchte ich ermutigen und auch einladen. Auf diesem Weg gibt es viel Neues und Überraschendes zu entdecken. Es lohnt sich, es zu finden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020